Das ist manchmal so, ne? Man weiß es einfach nicht, warum man es macht. Man macht es trotzdem. Nein! Lauf, 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 Forrest, lauf! Hier ist alle schön hell. Ich habe einen Kranz an der Tür. Schnell liegen! Lieg! Lieg oder sieg! Jaja, so ist das dann manchmal mit so schlauen, äh, Nachbarschaften, tünn. Nachbarschaften, tünn, tünn. Die können einen dann ganz schön, ne? Ins Nerven wanken und bringen. Weil aber eher dann nur, ähm, wenn ich, äh, ja, ich sag mal nix, äh, ne? Das nix bringt. Da komm, Erde 3 1 kann ich auch mitnehmen. So. Erde 3 1 würde ich jetzt gerne hier mit rein tun. Das normale Erde, das normale ist versteckt. Da ist Erde 3 1 nochmal. Erde 3 1. So, wahrscheinlich hier hängt wieder alles voll. Tipp ich jetzt mal. Ja, natürlich. Warum auch nicht. Äh, hier auch. Guck mal was Zeug denn her, ey. Ja gut, hier dann leveln wir nochmal ne Runde. Was soll der Geiz denn auch? Ich hab hier nie ne vernünftige Decke reingezogen, das ist aber... Und nie nen vernünftigen Boden. Ist aber schon hier, äh, ganz krasses, äh, vergehen seh ich gerade. Warum hab ich den denn nie fertig gemacht? Hab ich mir bestimmt vorhatte, aber nie getan hab. Hätte mal wunderbar Marmor machen können. Naja, ihr habt übrigens immer noch die Chance zu bestimmen, wie's mit Staffel 2 weitergehen wird. Wenn's denn überhaupt weitergeht. Hä? Da zeug ich jetzt eher. Achso. Stimmt. Beziehungs, äh, mit Staffel 2, mit Staffel 3. Wie's weitergehen wird, wenn's überhaupt weitergeht. Geht's weiter an selber Stelle. Geht's weiter mit ganz neuen Ding... N-n-n-n-n? Alta! ... man sollte ich nicht einfach mal abreißen so lang auch kein schwein ja schon der 100 gleichen haben hier alles durch ich als mutter der nation zu landet das denn dann das wird automatisch nach oben gepumpt ja stimmt das muss man ja auf jeden fall müssen wir hier noch ladtüchteln irgendwie anberingen werden können tun später das ist auf jeden fall ein wichtiger wichtiger akt hier nachher ebenso ein wichtiger akt ist was ist das das normale erde aber so wollten wir vielleicht ich weiß es ja nicht das ist normale erde wollen wir vielleicht hier auch erde 3 1 setzen ich denke schon dass wir das wollen da ist jetzt gerade nicht sehr winterlich hier aber wir arbeiten uns ja vor ins winter wunderland nach und nach es ist nun mal so man muss damit auch schon mal klarkommen sage ich mal das war eben halt bestimmte sachen dann eben halt in der normalen welt auch machen in den biomen die und halt jetzt nicht so winterlich aussehen aber wie gesagt ist ja ist ja gott gott weiß manchmal nur und nicht immer oder dauerhafter zustand hoppa na das war jetzt weniger geplant war jetzt eher doofheit wieder mal wie immer eigentlich da ist ja gott weiß ich das war jetzt noch nicht die 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 ich finde das reicht ja eigentlich so das wiederum geht leider nicht so muss leider eben halt andersweitig zugemacht werden das liegt leider im interesse aller scharf was mich erschreckt das liegt leider im interesse aller so ach siehste ich habe vergessen sagt mir jetzt nichts ich habe keine erde mehr dabei doch gott sei dank so ein hoch auf die rucksäcke so in welche richtung müsste ich jetzt gehen so ne und dann so durch besser wäre so ne wenn man da noch ein bisschen gerader gehen würden also da noch ein bisschen so Okay. es wird verdammt schnell dunkel das muss ich mal sagen hier dass es echt verdammt dunkel wird da möchte ich hier rein springen das ist eklig um nicht zu sagen auch recht tödlich die weg das keine hübschen auf mich zu schießen du hast nun mal nichts schönes an käppchen auf da kann ich nichts für du bist scheinbar nicht so rotkäppchen mäßig oder so ich will sie da auch nicht so spiel spaß speudel basel dusel weil sie nicht so ich liege ja so wie ich zu bauen ist manchmal doch ein bisschen schwer die ich nicht gedacht oder beziehungsweise dass ich das so hin zieht so ein weg hätte ich mir ein bisschen ehrlich gesagt einfacher und schneller vor gestellt aber gut das ja unerwartete ist ja immer mit uns so unerwartet so kann man davon noch welche basteln so wunderbar geht läuft so unerwartet und es läuft toll toll so halli hallöchen aber auch so so wie kann ich das ding glaube ich nicht leiden oder ich wiese ich langsam nicht mehr naja so weiter geht's spiel sparspannung das tut mir leid liebe blume oh jetzt mach ich aber auch quatsch hier ohne ende so das passiert wenn die erde natürlich leer ist dann kann natürlich auch dann kann natürlich auch so 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 da haben wir nämlich jetzt einen breiten weg gewählt und in diesem breiten weg machen wir gar nur ein bisschen kleiner das geht ganz schnell der harte wie ich naja, wir machen jetzt erstmal hiermit weiter und dann schauen wir mal so lieber baggerpartner so das ist ein rüber so klatsch 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 jetzt habe ich irgendwo doch einen fehler gebastelt doch ein fehler da müsste ich hin nicht da naja macht jetzt auch nichts gerade so spielsparspannung plopp nein warum brauche ich denn sowas na toll wie kriege ich denn das zeug dann alles hier naja egal das sehen wir nachher man muss ja doch die halbe landschaft hier umgraben das war jetzt so gar nicht gewollt und geplant naja schauen wir mal wie wir das geh weg hilde geh weg hilde so äh so das war geplant so ein bisschen das auch hier steht gerade mein bein ein vielleicht nicht so wenn man das so übereinander macht das kann auch schon mal unschön werden so Prozent wohl jetzt habe ich noch ein sohn Dingen hier über ich soll jetzt nein jetzt sammle ich auch noch ich wollte auch gar keinen Schnee einsammeln das ist gibt's so gar nicht eh ja natürlich weiteren Schnee einsammeln ich bin ein Held vom Kartoffelfeld lalalala so erde 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 so wir müssen hier gucken dass wir hier vorbeikommen und vielleicht nicht unbedingt ins Öl fallen na du Kuh wie geht's warum kann die Kuh in Öl leben bist du in der Sardine oder was eine Ölsardine geil so auf jeden Fall hier ist das Öl sollte man vielleicht nicht so reinfallen geil nur, das ist ja auch Öl so und das Öl warum auch immer, ist auch hier könnte aber auch Poosen sein oder so das machen wir vielleicht einfach zu das machen wir einfach zu das machen wir einfach hier zu so, so so so, so 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 ja gut das mache ich vielleicht nachher und erinnere mich hoffentlich hier auch gleich nicht grabe wer vielleicht nicht so nicht ruckeln wenn ich hier an so gefährlichen Situationen am Arbeiten bin das ist immer so tödlich dann vor allem für mich für dich vielleicht nicht so das nicht so ja keine ahnung was mit der Kuh los ist möchte ich mich auch nicht zu weit äußern so hier ist er noch hier ist er noch kommt die denn jetzt her naja so ich gehe mal in so ein kleines Aufnahmepäuschen Schnee äh Aufnahmepäuschen und du bist ne Kuh ey und äh renn mal eben da ins äh äh Winterwunderland ich werde schon wieder bespannt von denen da oben ne naja ob ich die nie sehen würde so ach ich kann nicht mehr rennen muss nochmal einen Schluck äh einen Schluck essen vor allen Dingen ein Stück essen Mann hatte ich damals eigentlich hier ne hab ich nicht hier hab ich die Flugbahn gemacht warum ist das eigentlich hier nicht mehr eingefroren ist das immer noch zu warm gewesen das Redstone ach ja konnte ich eigentlich konnte ich eigentlich das hab ich nie ausprobiert ähm ne ich will in Rudolf sitzen man naja gut dann halt nicht ich kann in Rudolf nicht sitzen nein 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 nicht da da lang möchte ich sooo so ich setz mich ne Runde hier für euch äh hin und bin dann gleich wieder zurück so geil überhaupt nicht nervig die ganzen Pinguine hier ja ein Lebhochskuchenhaus das werd ich jetzt futtern und dann äh sehen wir uns gleich wieder Ciao mit V bis gleich Ciao